Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Im Hintergrund sieht man, ich schneide das EJK Meet Video. Von daher will ich gar nicht viel erzählen. Genießt es. Und es war lange angekündigt, das EJK Meet. Von daher muss ein After Movie geben. Und bitteschön! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.